Also ich glaube, wichtig ist auch zu erwähnen, wir haben von Anfang gesagt, das ist kein patentiertes Technologiethema von uns, sondern die Kreislaufwirtschaft in unserer Industrie ist Open Source. Das Thema ist so groß, so herausfordernd in der Menge, nicht in der Technologie, in der Menge, dass wir gesagt haben, wir dürfen nichts davon schützen, was wir tun. Deswegen reden wir sehr offen darüber und wir haben auch immer gesagt, wir begrüßen jeden neuen Partner. Wir haben ein Wear-to-Ware-Konsortium gegründet, wo wir gesagt haben, jeder darf da rein, der mitmachen möchte. Und vielleicht werden wir in naher Zukunft schon die kritische Masse haben und dann müssen sich die anderen überlegen, wie sie schnell hinterherkommen.